Ich glaube, wir haben es abgehängt. Was ist das für ein Ding gewesen? Hab es auch noch nie gesehen. Viel wichtiger ist, warum es dich angegriffen hat. Tsumugi, da ist etwas auf deiner Stirn. Ein Horn. Ab jetzt kannst du es also sehen. Ich hab ein Horn, weil ich ein Oni bin. Oni? Ich bin in eure Welt gekommen. Um dich aufzufressen. War doch nur ein Witz. Ich würd dich niemals fressen. Aber ich bin wirklich ein Oni. Hab ich dich erschreckt? Nein, keine Sorge. Was ist das? Die kleinen Dinger nennt man Mini-Oni. Aber ich hab sie vorher noch nie aus der Nähe gesehen. Mini-Oni? Sie strömen aus den Menschen, die ihre wahren Gefühle verbergen. So wie du es ständig tust. Es ist auch ein Oni? Nur ohne Form. Es sagt mir, dass du versuchst, mutig zu sein. Ich versuch's nicht, ich bin mutig. Oh, hey! Hier geblieben! Was? Was? Hihihi